Hallo, Herr Präsident. Ja, noch bin ich sehr ruhig, aber ich bin mir sicher, dass ich im Laufe des Tages auch schon etwas nervös werde. Gut, pass auf, hinter dir. Ich gehe einfach mit dem, ein bisschen schräger. Bitte, bitte so. So, ist gut. Zu mir, zu mir bitte. Und einmal noch auf meiner Seite.